Die Bergischen Löwen haben ihr letztes Heimspiel gegen Coburg mit 32 zu 27 gewonnen und sich somit bei der offiziellen Übergabe der Meisterschale der zweiten Handball-Bundesliga mit absolut beeindruckenden 70 zu 6 Punkten in die Sommerpause verabschiedet. Emotional wurde es, als Linksaußen Jan Artmann vom Klub verabschiedet wurde. Er muss mit nur 27 Jahren seine Karriere beenden, bleibt im Klub aber erhalten und wechselt ins Management. Wir zeigen hier noch einmal einige der bewegenden Momente. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Die Fans, die wir hier sehen, sind schon die ersten Jahre, die Mannschaft hier bis jetzt auch. Also vor diesem Hintergrund noch einen herzlichen Glückwunsch an alle. Herzlichen Glückwunsch heute. Eine große Feier wünschen Sie und abschließend nie mehr uns heute wieder. Vielen Dank. Das war's my dream! Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh ...nach... 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Applaus Applaus